Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Die Karte, die hast du bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Quartet. Game over. Gewonnen. Nächstes Mal gewinnst du bestimmt. Karte aufnehmen. Karte aufnehmen. Karte aufnehmen. Karte aufnehmen. Wunderbar. Karte aufnehmen. Aber geht es, wenn du über das Café hast, und das Eis, wenn du mit deinem Jennifer hast, das Lundau vorst. Der Karte aufnehmen. Wunderbar. Wer hat sich mit dem Control, den wir mit einem Fлаch übernommen. Wir sehen, wir sind da für ein Fähigkeiten. Und diese Karte, die wir mit dem Drogen haben, die wir mit dem Drogen haben, die wir mit einer Seelen und Drogen haben, sondern wir sieben mit dem Drogen haben. Aber es ist wie eine ganz ungelösenheit und das ist, was wir mit dem Drogen haben. Vielen Dank. 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 Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. Oh, super Quartett, wie in den guten alten Bandzeiten. Nehmt eure Plätze ein. Nehmt eure Plätze ein. Die Karte. Die Karte. Die Karte. Die hast du bestimmt. Na, verflixt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegner Quartett. Die Karte. Die Karte. Die Karte, die hast du bestimmt. Karte aufnehmen. Gegner fragt nach Karte. Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die Karte. Die Karte. Die Karte. Die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner Quartett. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Aufnehmen. Du bist an der Reihe. Die Karte hast du ganz bestimmt. Haha. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte. Die hast du bestimmt. Spannend. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur. Die wollte nicht. Die könnte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein. Schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider futsch. Gegner fragt nach Karte. Na, warte. Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegner fragt nach Karte. Nimm nur. Die wollte ich eh nicht haben. Game over. Ich glaube Pac-Man mag ich lieber. Quaam. Gleich nochmal. Okay. So. Pause意思. Ja. Stock inisbeern.